Hallo und herzlich Willkommen bei mir liebe Ingenieurs mit Woller 158. Liebe Leute schauen wir einfach mal so ein bisschen in die Zukunft drin und ihr seht schon hier ist was Neues, die kann man ein paar Mods mal runterladen und die ausprobiert und ich finde die ja sowas von toll. Also erstmal hier eine neue Schmiede, gut man kann damit eine Standard machen wie mit der normalen Schmiede, aber irgendwie sieht es so stylisch aus, finde ich, sieht richtig toll aus, feine Sache. So dann geht es weiter und ihr seht schon, ja mein kleiner Hof der sieht schon ein bisschen anders aus hier und zwar hier hinten habe ich jetzt gleich nochmal angefangen alles mögliche anzubauen Flax anzubauen und ein paar Kürbisse wieder, ein bisschen Salat noch und ein bisschen von den Gewürzen, so aber ich habe auch schon ausprobiert, wie es weitergehen soll hier, wie es weitergehen soll mit unserer Baurei hier und da seht ihr schon, so sieht unser zukünftiger Lager dann aus. Hier in drinnen sind wir schon so weit jetzt beim Einrichten, ja keine Sorge, wir fangen an, das alles Stück für Stück zu bauen, ich zeige euch nur mal, wie es aussehen soll, wenn es fertig ist, ja. So und hier oben dann auch nochmal ein Lager, aber das ist bei weitem noch nicht alles, denn ihr seht schon, was hier unten ist, hier haben wir einen kleinen Brunnen, so und dann haben wir hier, haben wir Weinstöcke, dann haben wir hier Hopfen, dann haben wir hier Äpfel, ja hier werden die Äpfelbäumchen gezüchtet, die Setzlinge und wenn die denn da sind, dann kann man die anbauen und dann wachsen die, die sind ja schon ein ganzes Stück, die wachsen hier und ich hoffe, dass ich dabei die erste Apfelernte habe, aus den Apfellen kann man Apfelkuchen machen oder man kann auch Apfelsaft daraus machen, also eine richtig tolle Geschichte her. Jetzt ist hier drinnen hier ein Baum gewachsen, ja, das ist ja seltsam, ja. Okay, gut, aus Wein und Hopfen lässt sich natürlich dann auch Bier und Wein machen, dazu haben wir hier diese Geschichte. Hier, da wird für das Bier das Zeug angegärt, hier, die sind malte und dann können wir auch Bier draus machen. Und ihr seht schon, das sieht schon alles hier, da sind die Weigengläser schon, ja, und für Bier, da haben wir auch so richtige Bierschläuche. Also, das sieht schon richtig gemütlich aus bei mir und da will ich mit euch gemeinsam hinkommen, dass das dann hier so aussieht auf unserem kleinen Hof. So, hier hinten halt dann auch schon, bis wir wieder aufgeräumt, das alles rausgeschmissen, das ist ja ins Lager drin gekommen, hier war Feuer, da haben sie Dreck mit drin. Und dann können wir hier weitermachen, hier ist die Werkbank für den Wein und für unser Bier. Und hier haben wir dann schon mal die ersten Fässer, wo wir schon ein bisschen weit geerntet haben hier. Und hier sind für die Äpfel und da wird das dann alles draus gemacht und dieses Lager, das kommt dann natürlich hier oben alle drin. Ja, da werden wir unseren ganzen Alkohol hier lagern, da oben. Ja, so soll die Zukunft aussehen. Gut, dann werden wir mal wieder zurückgehen in die Vergangenheit und an unserer Geschichte weiterbauen. Okay, Leute, bis gleich. So, hier sind wir wieder und in unserer Vergangenheit, in unserer normalen Welt. Ja, wo sind wir letztens mal stehen geblieben? Genau, wir brauchen Flachs brauchen wir eine ganze Menge noch. Da hinten geht das schon langsam los. Das könnten wir eigentlich schon abernten hier. Und hier müssen wir noch weiter kräftig hämmern, ja. Mal nachgucken, wo unser Hammer ist hier. Wo habe ich meinen Hammer gelassen? Ja, hat doch ganz gut ausgesehen, ne? Und ich denke mal, wenn wir so weit sind hier und uns Stück für Stück hingebaut haben, denn vielleicht fällt uns ja so ja noch was besseres ein, ja. So, habe ich Tatsache nur den Holzhammer hier. Habe ich noch gar nichts anderes gemacht hier. Ne, ich habe noch ja keinen Eisenhammer gehabt. Oder habe ich den öfter zertöppert und habe nicht drauf geachtet. Das ist ja nun schon wieder mal hier ein bisschen seltsam, ja. Wo ist denn mein Eisenhammer? Kein Eisenhammer? Der Hike bestimmt zerteppert, geht es ja auch bald kaputt hier. Oh je, oh je, oh je. Mal gucken, dass wir jetzt noch... Unser Eisen war doch schon, ich habe ihn schon nachgelassen hier. Tja, äh, kann ich... Habe ich hier noch was drin? Ja, ja, ich kann noch ein bisschen drin. So, dann werden wir uns mal gleich einen Eisenhammer herstellen hier. Gut. Den brauchen wir ja. Und dann werden wir mal das vorsichtshaber gleich mal hier einschmelzen und neu machen. Sonst, ich kriege das ja nicht und zerballere mir das hier. So. Also, einmal den und einmal den. So, Feuer wieder aus hier. Und dann können wir uns hier gleich eine Picke neu machen. Picke und die Gartenhacke her. Gut. Dann dürfen wir jetzt alles wieder haben, was wichtig ist. Ja, wir werden aber erstmal trotzdem hier den Holzhammer zerteppern. Und... Dann ist der Check. So, dann gucken wir mal, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ein Fenster fehlt uns auch noch. Dazu brauchten wir ja dann den Flachs. Das ist noch hier. Da ist noch ein paar Gistwander. Sehr schön. Aber erstmal hier den Grund machen für unsere Scheune. Ja. Dass das erstmal fertig wird, ja. So, da unten. Da habe ich... Das dürfte noch Getreide sein, weil ich da unten eingesetzt habe. Und dann haben wir auch erstmal genügend Vorrat, denke ich mal. Und dann werden wir es so machen, wie in der kleinen Vorschau. Dass ich hier unten ein größeres Feld Flachs nochmal anlege. Und... Oben ein ganzes Feld Getreide nochmal an. Und dann ist damit erstmal soweit alles abgesichert. So. Das wird ja langsam, ja. Jetzt fehlen uns Klamotten gleich, ja. Ein paar haben wir ja noch. Ja, und dann müssen wir doch erstmal wieder Vorrat sammeln, ja. So, hier haben wir noch ein paar Steinchen drinne, hier. Na, das wird... Vor allen Dingen brauchen wir dann ganz schön Wirt an Holz. Weil ich das halt aus diesem Palisanen bauen will. Das sieht ein bisschen stylischer aus als Scheune, als Lager. Und... Vielleicht wird das doch so machen, nur eh nicht halt. Dass ich das nicht so hoch mache, wie in dem anderen drinne. Ja, das müssen wir mal sehen, ja. Denn wenn da ein Spitzdach oben ist, dann kann man ja sowieso noch ausreichend rufpacken, ja. Ja, kann ich mir ja noch überlegen, ja. So, dann haben wir aber bald hier wenigstens das Ene-Teil fertig. Oh, schon wieder Steinharder. Ist ja ein Verbrauch, ist das hier. Das ist Wahnsinn, ja. So, dann kriegen wir jetzt noch die letzten hier drin. Ich glaube kaum, dass wir jetzt damit noch fertig werden, ja. Muss ich erst wieder Steine klappen hier, ja. Dass das noch ein bisschen Fullert hier ist. Das werden wir nicht fertig bekommen, ja. Oh, und jetzt fehlen Stickies. Da haben wir nichts mehr drinne. Jetzt wird es langsam enger, ja. Ups. So. Ja, das heißt jetzt massenweise Stickies noch sammeln. Steine kloppen. Massenweise Holz noch ansammeln. Ja, das sind jetzt alles, wo etwas langwieriger arbeiten liegt. Ich würde aber höchstwahrscheinlich machen werden ohne euch. Denn zugucken, höchstens wenn ein paar Bäume fälle. Und lasse ich euch wieder mal ein paar Minuten zugucken. In eurer Hoffnung, dass irgendwas passiert bei mir, aber jetzt mittlerweile passe ich schon immer mehr auf, um da nicht die Hufe hochzureißen und so einen Baum unter Ohren zu kriegen, ja. So, unsere Steine sind alle. Und dann wartet erst mal wieder her. Bin jetzt ist es noch soweit für die Stickieste zur Kloppen. Und dann, jetzt haben wir mit immer wieder Steine. Wo kriegt denn der die Platze her? Wir müssen es halt sagen, da können wir nichts. Da können wir jetzt auch nichts mehr. Ja, naja, aber trotzdem sind wir schon ziemlich weitergekommen, ja. Hier fehlen noch Steine, ja. Gut, da hinten, mitten auf meinem Feld hier ein Bäumchen, ja. Du sollst doch nicht hier drauf wachsen, ja. So, und den werden wir hier auch gleich wegschlagen. Derweil, der sowieso stört und der auch, aber dann müssen wir erst den da hinten wegkloppen, ja. Ansonsten, ansonsten wird das nichts hier mit uns. Der fällt mir sonst wieder auf die Steine rauf und geht wieder alle kaputt, ja. So, okay. Die können wir abernten, ja, und den können wir auch zerklappen. Ach, jetzt haben wir natürlich den Falschen genommen, ja, toll. So, aber das macht alles nichts, ja. Wir haben sowieso dann hier, kommen ja überall noch im Laufe der Zeit Häuschen hin. Und, so, Pilze auch gleich einsammeln, ja. Steinchen auch. Und jetzt kann man den auch gleich noch zerklappen, ja. Wehe fällst du mir auf meinen Bauhof, ja. Er macht es vernünftig, jawohl. So, dann haben wir das hier soweit auch sauber. Weil ich hier schon, seltsamerweise, wachsen hier Steine. Aber ich meine das ganz gut, ich brauche ja sowieso immer wieder Stickies. Und immer so zwischendurch immer wieder mal den Wald aufräumen hier, Steine einsammeln. Und dann dauert es nicht lange, liegen wieder ein paar neue Steine da. Und dann geht das schon, ja. So, den Baum nehmen wir auch gleich weg hier, der stirbt mich auch, ja. So, normalerweise hier wachsen noch immer Pilze. Da, einmal. Und da oben auch nochmal. Die kommen auch immer wieder an der selben Stelle hier. Und hier in der Ecke diese Pilze auch. Die kommen auch immer wieder. Und dieser Stein wächst auch immer wieder neu hier. Oh, ist voll, sagt er. Gut, die Pilze schmeiße ich jetzt erstmal wohin. Mal, dass wir unsere Steine loswerden hier. Na, so sammelt sich das langsam an, ne. Upsa. So, kriegen wir hier nochmal drin. Ja, hier kriegen wir nochmal drin, ja. Gut. So. Und jetzt können wir auch den Stein wieder aufheben, ja. Den auch gleich nochmal wegmachen. So, unsere Stämme gleich nochmal weg. Passt hier nochmal drin? Ja, hier muss nochmal drin passen. Und ein paar passen hier noch rein. Gut. Und dann habe ich ja hier schon den neuen Verschlag fertig. So, was haben wir noch in der Tasche? Stickies. Ja, bauen können wir da im Moment sowieso nie weiter. Wenn wir mal die Stickies ja wieder rindschmeißen, ja. So, dann haben wir noch Getreide. Passt hier nochmal drin. Wieso rutscht denn hier mein Teil hier durch die Gegend hier? So, dann schmeißen wir... Ach nee, das ist ja Flax. Das ist ja Flax. Hier haben wir Getreide. Warum rutscht denn das hier durch die... Upsa? Hä? Na, das ist ja ein bisschen salzsam, ne? Das ist richtig salzsam. Dass die Küste hier durch die Gegend rutscht. Was ist denn das? So, dann werden wir das erstmal vorläufig noch hier reinschmeißen. Und hier den Flax. Achso, wir wollten ja noch unbedingt noch ein Fenster herstellen, ja. Was war denn das? Hiervon brauchen wir vier, ne? Von dem Basisglas. War doch irgendwie so, ja. Nochmal nachgucken, ja. Basisglas. Vier Stück, genau. Vier brauchen wir. Und achtmal Metall. Wow, 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 wow. Mal sehen, ob wir wenigstens... Wir brauchen ja, glaube ich, nur noch eins hier. Den gucken wir mal. Und da müssen wir denn noch... Irgendwo habe ich da auch noch hier nirgends Dreck. Und die kleine Steine reichen ja auch her. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren, ja. Wie viele wir da brauchen für... Einmal... Einmal... Basisglas. Einmal und Flax. Genau. So. Das haben wir ja noch hier. Flax muss hier rin. Okay. Dann brauchen wir einmal... Zwo mal. So, jetzt haben wir vier Stück davon da. Du kannst wieder aus hier ein Feuer. Den Flax nehmen wir raus. So, und dann brauchen wir noch acht Metallteile. Das sieht natürlich... Haben wir auch. Okay. Unser Eisen hier zu Ende, Leute. Wir müssen mit Eisen auch noch besorgen, ja. So, Metall davon. Und wir können das Teil herstellen. Und damit haben wir jetzt endlich unsere Hütte dicht. Und können ganz beruhigt schlafen gehen. So. Genau. Ein Fenster fehlte noch. Und dann... Sind wir richtig. Jawohl. Ein bisschen lüften. Gut. Fenster sind alle drin. So, für den Ofen. Dieser Bücherregal, das werden wir gleich umräumen. Das bleibt nämlich nicht hier stehen. Das muss hier hin. Derweil wir Nämlich Dort diesen Ofen hin machen. So, wo habe ich? Da ist es. Und das stellen wir dann hier einfach hin. So. So stehst du doch gut hier. Ein bisschen ruhig vor. Dann können wir da hinten vielleicht noch eine Kiste oder ein Fass oder sonst was hinstellen. Gut. Da steht. Und dann kommt hier nachher der Ofen hin. Na, der andere kann ja so bleiben. Wie sieht es aus mit unserem Essen. Habe ich jetzt hier eigentlich schon den Mod mit die Apple drin? Ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nicht. Gucken wir mal gleich nach. Da müssen wir nämlich auch noch lernen dafür. Ah, doch ist schön. Das ist er ja. Das ist er ja. Also wir brauchen da. Scrub Food Branches, Zweige, 200 mal Dreck. Das ist kein Problem. Aber Farming müssen wir unbedingt nochmal. Da braucht man Papier für. Und das Farming haben wir ja allerdings schon gelernt. Bloß wir haben das Papier nicht mehr. Und da brauchen wir auch fünfmal Eisen brauchen wir da noch. Fünfmal Eisen und natürlich wieder Flax. Wie soll es auch anders sein? Fünfmal Eisen, zehnmal Eisen hatten wir nur noch da gehabt. Das dürfte kein Problem sein. Fass dürfte auch kein Problem sein. Also ich muss zum nächsten Mal auch noch Eisen besorgen. Das wird ja alles. So, ein Fass kriegen wir gleich zusammen. Aber gerade mal so noch. Dann hatten wir hier, waren es glaube ich drei, die wir da brauchten. Irgendwann haben wir noch Kohle gehabt. Irgendwann haben wir Kohle gehabt, das weiß ich. Ne, da nicht. Sind wir hier nochmal drinnen? Ne, da haben wir das Zeug drinnen. Was haben wir? Kein Kohle mehr? Ach ne, den hat er hier hinten hingepackt, Mensch. Na ja, das war Zeit, das war richtig hier unser Lager auffrischen. So, machen wir das auch mal. Dann brauchen wir noch Eisen. Fünfmal, oje. Das tut jetzt weh. Das tut weh, ja. So. Was war noch? Ach so, 200 Mal direkt, ja. Ja, das sollte kein Problem sein, denke ich mal. Genau. Einmal 200 Mal direkt. So, mal gucken jetzt. Okay, also 200 Mal direkt. Hm, das ist Farming, genau. Denn das, denn das, denn das. Nur aufpassen, ja. Und das fasst noch. Das fasst noch. Ach so, Flachs brauchen wir dreimal. Wir haben nur zweimal. Ah, ha, 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 shit. Schnell von draußen noch einmal Flachs ohne. Der, da war ja schon was reif von. Ah ja, jetzt ist alle drei, vier. Jetzt kann ich auch dann alle hier abernten. So. Oh, wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das ist natürlich eine ganze Menge, was hier denn gebraucht wird. Aber ihr habt ja gesehen, das sieht dann richtig schick aus. Alles gut. So, Farming können wir machen. Und werden wir natürlich sofort herstellen, das Teil. Gut. So, jetzt brauchen wir dafür nochmal 200 Erde. Das brauchen wir nicht. 15 Mal von dem. So, das brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. 200 Mal Erde haben wir. Und das brauchen wir auch nicht. Das sind bestimmt diese Büsche hier. Die haben wir da auch, ja. Die haben wir doch mehr als sie noch hier. 15 Stück. So, haben wir auch. Gut. Die müsste jetzt so lang kommen. Dann will ich mal, ja. Okay. Ach so, was fehlt jetzt noch? Ach so, noch ein Stammfeld noch. Ein Stammfeld noch. Mann, noch mehr da. Okay. Da, Mann. So, dann müssen wir uns nämlich so ein Pflanzgefäß auch noch herstellen. Aber ich glaube, das können wir jetzt sowieso erst machen, nachdem wir das gelernt haben hier. Da haben wir es. Wunderbar. Ah ja. Und hier haben wir schon einen Apfel dazu bekommen. So, das haben wir erstmal. Den einen Apfel, den können wir anpflanzen. Ich habe gesehen, ich hatte zwar mehrere dort gehabt, weil ich nämlich geschummelt habe. Ich musste das ja schließlich ausprobieren. So. Jetzt brauchen wir einmal ein Pflanzgefäß. Und ich weiß im Moment nicht, wo war denn das? Das Pflanzgefäß, wo war das herstellen? Ja. Ich glaube, das müsste jetzt hier mit drin sein. Da brauchen wir nicht allzu viel Material. Da ist es. Genau. Da brauchen wir 20 Dreck und einmal Lock. Ja, mehr hat ja keinen Sinn. Man kann nur einmal, also man kriegt zum Start nur ein einziger Teil und ich glaube, dann kriegen wir zwei oder drei Äpfelbäume da raus. Dreck. So. Dann stellen wir mal das Pflanzgefäß her. Einmal, zweimal und da ist es. Nun können wir das uns hier vorhin stellen. Da legen wir den Ableben. So. mit F kann man das ganz normal öffnen. Jetzt müssen wir den Ableben hier reinlegen jetzt. Und jetzt sagen wir eben hier, wir wollen praktisch einmal, zweimal. Also, wir können nur einmal. Das werden wir ja sehen. Der bleibt aber ein bisschen länger, glaube ich, dran liegen und dann kriegen wir noch mal ein zweiter da raus. Problem ist, ist ja eigentlich, man hat das eh mal für einen Singleplayer gemacht und eh mal für einen Server. Weil eh jetzt dieser muss man in Ableben normalerweise bleibt der Able drauf liegen. Mein Kopf ist so, so. Ja, das ist ja schon eine ganz dünne rote Linie. Okay. Ja, also dauert so circa eine Stunde, ehe dieser Setzling fertig ist und dann 24 Stunden, ehe der Baum gewachsen ist. Also, da muss man dann einfach mal sehen und abwarten, wie das dann weitergeht. So, liebe Leute, ich glaube, das reicht für heute. Ja, wir haben geschwitzt und machen jetzt Feierabend. Ich muss also auch hier ein Baum wächst hier raus. Was soll denn das schon wieder? Ja, also wie gesagt, ich muss Steine sammeln, Eisen muss gesammeln, Holz muss ich noch anschaffen, so, dass wir das nächste Mal wieder ein bisschen zügiger bauen können. Unterdessen werde ich das auch alles abernten hier, um dann hier gleich neu wieder alles zu machen und dann unsere Vorräte hier wieder aufzufrischen. Ich denke mal, jetzt seht ihr so langsam kommen wir, bewegen wir uns auf einer sicheren Seite hier mit unserer Vorräte, das haben wir schon ganz gut. Also, okay, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, kann noch nicht sagen, genau wann, aber auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage und dann wird fleißig weiter gebaut an unserem kleinen Traum, den wir vorhin hatten. Okay, tschüss, Sacht, Wolleins Erfacht, Bye Bye Bye.